Hallo Leute, Takeo hier. Mit diesem Video möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken. Ich habe es nämlich geschafft, die 100-Abonnenten-Marke zu knacken. Das ist für mich persönlich ein großer Meilenstein, denn ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele erreiche mit meinen Guild Wars 2 Videos. Und es ist einfach schön und es macht mich stolz, zu wissen, dass das Spielen von Guild Wars 2 und das Videomachen hier so vielen Leuten gefällt. Und dass ich auch immer so positive Kritik von euch bekomme. Also vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid echt spitze. Es ist einfach schön zu wissen, dass das so funktioniert. Und ich kann euch leider kein besonders großes Special geben oder irgendwas. Denn, wie gesagt, in-game bin ich nicht der reichste Spieler und ich habe halt nicht große Ressourcen, die ich verteilen kann. Aber was ich machen kann, ist euch durchaus einen Ausblick geben, was demnächst noch kommen wird an Videos. Und der Bazar der Vier Winde steht ja schon vor der Tür. Wir haben den 9. Juli, an dem der Patch dann live geht. Und das wird ein ziemlich großer Patch werden, denn er ändert vieles am Erfolgssystem. Er bringt eine neue Ressource mit sich, die euch dann zur Verfügung steht. Und ja, das wird ganz interessant werden. Es gibt auch dann diese neuen Rücken-Items, die man anscheinend für Jumping-Puzzles kriegt. Wie man da hinten schon auf dem Bild erkennen kann. Also es wird ziemlich interessant. Ich bin sehr gespannt auf diesen Patch. Hier steht das mit dem persönlichen Quarz-Knoten. Das ist dann die neue Ressource Quarz. Und ihr könnt die anscheinend täglich in eurer Heimatinstanz abbauen. Und auch das Belohnungssystem, für die Erfolge wird überarbeitet und auch das Interface wird angepasst. Also da wird ziemlich viel geschraubt. Ich werde wahrscheinlich ein Überblicksvideo darüber machen müssen, denn es sind viele, viele Änderungen, die auf uns zukommen. Aber ich denke, mit ein bisschen Reinarbeiten geht das schon ganz gut. Und soviel zum Bazar der vier Winde. Natürlich wird auch ein Erfolg-Guide dazu kommen. Und viele fragen mich jetzt schon nach dem Bild, den ich hier benutze auf meinen Krieger. Und ob ich das mal als Videoformat machen kann, das wird dann auch demnächst kommen. Ich denke, Ende diesen Monats werde ich den rausbringen können. Aber natürlich bringe ich auch noch andere Videos mit Tipps und Tricks. Zum Beispiel, wie ich so nach und nach nebenbei ohne großen Aufwand mein Gold verdiene. Und alles, was so interessant ist, werde ich dann in ein Videoformat packen und euch darbieten. Wenn auch wieder interessante Gegenstände im Gemstore zu kriegen sind. Oder wenn man irgendwas Tolles in der Welt hier in Thiria finden kann. Das werde ich euch natürlich alles zeigen. Wenn ihr also meine Videos mögt, dann werdet ihr definitiv auch nicht enttäuscht sein in der Zukunft. Ich denke, das wird noch ganz schön spannend für uns alle. Und ich hoffe, ihr habt soweit Spaß. Vielen, vielen Dank nochmal für alles. Und ihr seid echt super, Leute. Man sieht sich im nächsten Video. Macht's gut. Habt einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020